Er bringt jetzt seine Karre auf Touren. Wir geben Gas! Hände zusammen für Levi Sherwood! Er hat jetzt 20 Sekunden Zeit, sich mental vorzubereiten auf seine anderthalb Minuten Performance! Und los geht's! Run! Flippen gehen raus! Gebraucht er! Wir gehen mit dem Streppen Schauling-Flip! Und direkt hinterher! Back-to-back! Wow! Indian-Star-Ruler-Flip! Ich schau dir das Ganze ganz genau an, was ein Homie aus Neuseelander macht! Etwas mehr als eine Minute, hat er noch Zeit! Get up! Short Superkicker! Direkt in die Bremse! Da haben wir die Fans! Kleine Trisuren! The Mullet! Flippen! 3 für die Minute, 45 Sekunden, hat er noch! Und brennt die Matte! Da brennt die Matte! Burning Mullet! Sein signature Trick! Der Cordona-Flip! Und mit der Matte! Der Hand in der Trickkiste! Bevor den Dead Body-Flip gerade rausgeteilt! Der Dead Body normal ohne Flip! 25 Sekunden, hat er noch! vermengesht! Falten dasseldeная… 고itende,ண уすеб Surprise! Auf der Matte! ...und jetzt eins Kerло restает! 15 Sekunden! Aber er sprach dieses Selbst ważne. latitude,5 Morerijk! 35 Sekunden Zeit! Aber er sagt Danke! WIR SAKEN DANKE! In Godfiel, Levi's Showboy!